Musik 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 Welcome back. Wir wissen, dass die Suppression of Mixtures und Purification of Liquids ist, dass die Liquid Mixer ist. Imusible Liquids which do not mix with each other and form separate layers when put in a container are called immisible liquids. Liquids which do not mix with each other and form separate layers when put in a container are called immisible liquids. Liquids which do not mix with each other and form separate layers when put in a container and form separate layers. So if you use the liquid to mix in a container that can go through a container or form different layers when water is just like water. So if you use the liquid to do a container or mix it with each other they drink, you can mix it with a container or let them separate layers. Die zweite ist, dass die Liquid Mixer mit den Immisiv-Liquid zu vermitteln. Die Liquid Mixer kann also nicht mehr als die Farbe-Mixer werden, sondern, wenn es die Farbe-Mixer gibt, wie es die Farbe-Mixer gibt, die in den Farbe-Mixer gibt, die Wasser mit den Farbe-Mixer gibt. Es wird nicht weniger als die Maschine geliefertigt. Wenn man diese Maschine mit der Maschine verlebt hat, wenn der Maschine mit der Maschine mit dem Maschine ist, wenn man die Maschine mit dem Maschine betätigt wird, dann wird es ein Maschine mit dem Maschine geliefertigt. dass sie alles. Sie hat einen Mechsever-Liquid mit einem Licus oder einen эту Likid zu verändern. Liksั้ens werden das mit einem Namens Prize geben, sie werden Plumpen eingestellt. In all Proportions der Proportions sind einige Plumpen. Die Promposition wird vom Plumpen geschnitieren. Die wird vom Plumpen geschnitiert. Da wird vom Plumpen geschnitiert. Das ist das Thema die Filter-Karama, die Filter-Karama, das ist das eine Doo, das ist wirklich Homoziens. aber auch die Filter-Karama notice nicht, es ist Alkohol und Wartupusch statt. Das heißt, es ist eine Distillation-Prozess. Distillation is the process of separating the components or substations from a liquid mixture by using selective boiling and condensation. Distillation process can be used by the liquid mixture, and the boiling point is done. If you have the boiling point in heat, you can only get the boiling point in the heat, and you can also get the boiling point in the heat, and you can also get the condense in it. If you have the vapor form, Also sagt es, diese Flamme abGM ist. Das ist die Flamme des Flamme gelten nach 100 Grad. Da ist es oft für Getaubung der Hygiensten sind, nämlich die sie so, wenn die Flamme des Flamme folgen, dann Cola! Das sind die Flamme gelten von 78.5 Grad Celsius. Also, das ist die Flamme Champ. Nur wenn wir die Flamme auf 100 Grad abgeben, das so gegen Flamme gelten sind fürs Verbrennen sind, das wird nur 80 Grad. Das ist aber nicht so wichtig, dass es die Vopperform, die es wieder auf der Bergkoppel ist, sodass es die Wartoffel sieht, dass die Wartoffel von der Rente. Das ist so, dass die Wartoffel immer wieder auf der Bergkoppel ist. Also, bei der Boiling Point, die die Liquid sind, 30 degrees Celsius, die die Fractional Distillation, die Fractional Column sind, die Distillation sind. Ich habe gesagt, dass die Physical and Chemical Changes und die Physical Changes sind. Das heißt, dass die physical properties, such as texture, shape, size, and the state of substances are made to change. But their internal composition remains the same, or called physical change. So, there are physical properties, such as the muscle or the body, 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 or the body. So, the change can be reversed. The changes can be changed at the beginning. We have to raise when a physical change is not changing. But then we are reversing the condition. We also have the condition of the condition. We are trying to get the heat of the potential to get the level of vapor in the body. During the low temperature, we have the condition of the body as in the body so we can get the heat of the body. We can put the balance between the body and the body, of the body, and the body, and the body. So, we have the condition of the body change. So, die Chains sind hier auch nicht möglich. Hence the Chains are temporary. Temporary, aber die wir nicht mehr als Physikal Chains haben. Wir sagen, dass wir die Chains sind. Chains, die Chains result in the formation of new substances, which are entirely different from those of the original substances, are called Chemical Chains. Chemical Chains, die wir hier haben, die Chemikal Reaktion werden, die wir hier haben. ść. Also, dass wir damit eine Finanze für die Chemikal Reaktion werden. Die Chemikal Reaktion werden durch die Chemikal Reaktion… weil hier die Produkte erst mal so werden. Und nur die Produkte erstellen, wenn wir eine Produkte erstellen, dann werden wir das Schauspiel durch die Chemikal Reaktion des guessing. Wie wird die Chemikal Reaktion des Kaches bestellen, noch was wir in der Chemikal Chains? Das ist die Interne und der Schauspieler, denn die Chemikal Reaktion werden erstellen, The process of chemical change is also called chemical reaction. The original substances taken before the genes are called reactant while the substances form as a reason of the reaction are called product. These are the types of pure substances which are made up of only one kind of particles are called pure substances. Pure substances can be broken down by chemical reaction. Chemical reaction can be broken down by pure substances. A pure substance which cannot be split into anything else by physical and chemical processes is known as elimination. Pure substances can be broken down by pure substances. So if some particles have a different product, then the particles are equal to get red blood. Pure substances could just be removed from the source of entire elements. ELEMENTS ARE IDENTIFIED, 92D NATURALLY OCCURING AND THE RAISES ARE SYNTHETIC, THAT IS MANMADE. ELEMENTS ARE NORMALLY DIVIDED INTO METALS, NONMETALS AND METALLOIDS. METALS ARE ALUMINIUM, SILVER, COPPER, GOLD, METALS ARE ALUMINIUM, SILVER, COPPER, GOLD. METALS ARE ALUMINIUM, METALS ARE ALUMINIUM. sind wie man einESSer Lauten und der elektric Karteinstell nên eineика mehrkzeptji und elektric Karteinstellung. Man kann die von Malleable und kann auftreten werden, dass dieser von den magnificenten Gelegenheit es nicht verwendet werden. Zurность ist eine Sonären. Hier kann ein Ringing Sound wenn es nichtwerkzeugen wird, die bei den Kontrollen wird einen berühmten, wird der Ringing Sound nicht verwendet werden. Wenn es die Tensile ist, wenn es die Tensile ist, dann geht es die Tensile. Die Tensile werden auch noch nicht anders. Wenn es die Tensile ist, die Tensile ist, können die Tensile ist, dass die Tensile sind. Wenn es die Tensile ist, dann kommt es auch ein Baum, wo es sich in der Tensile ist. Das heißt, dass die Properties des Metals ist, dass die Properties des Non-Metals ist. Die Properties des Metals sind die Properties des Metals. Die Properties des Metals sind die Non-Lustrous, Sonorous oder Malleables. Das heißt, die Properties des Metals sind die Stab, des Verbrauchten und der Sport ist ein. Die Ölfeine Erwartung wird der einen Ölfügel durchged thighs getrennt, die Properties des Metals sind die Properties drin. Building point low melting point got into the properties. Six and a half is low tensile strength. Ein Beispiel ist, wenn wir die Menge zu tun haben, die wir uns nicht auszusehen können. Zum Beispiel, wenn wir die Methyl mit Hydrogen, Oxygen, und Carbond haben, dann sind wir es mit der Methyl. Wenn wir die Methyl mit einer Methyl生füllen, dann haben wir die Methyl nicht. Das heißt, die Methode ist, wie die Arsneic, Antimony, Silicone, Germanium, das ist natürlich auch eine Methode. geht es weiter. A. das ist die Form des Compounds. Hier sind die Formel oder die Formel von Co-Crum. Es gibt die Formel, die Formel von Co-Cru. Die Formel von Co-Cru. Die Formel von Co-Cru. Die Formel von Co-Cru. Die Temperatur sind die Systeme und die Chemikalien- und Chemikalien-Kamber-Reaktion. Die Temperatur in ein Fixed Ratio oder Fixed Proportion wird in einem Fixed Ratio. Die Temperatur sind die Elemente in einem Systeme und die Chemikalien-Kamber-Reaktion. Das heißt, dass wir CO2-O2-O2-Hydrogenbotsitzen. Wenn wir CO2-O2-O2-Hydrogenbotsitzen haben, können wir CO2-O2-O2-O2-Side werden. Das ist eine Kompon-Akakke. Die Kompon-Akakke ist, die Chemikallin combine mit einer anderen in eine fixen Proportion-Akakke. Das heißt, dass wir das Wasser, Sodium, Bicarbonat und so machen können. Ich habe gesagt, dass wir die Komponenten und die Komponenten haben, die Komponenten haben, die Komponenten haben, die Komponenten haben. Die Komponenten und die Komponenten haben die Komponenten, die Komponenten haben. Die Komponenten haben die Komponenten einen Komponenten gemeinsam. Wir haben die Komponenten im Komponentenale Wissenschaftler, die Komponenten sind, in der Komponenten und die Komponenten, die Komponenten sind. Die Reaktionung von Pünzhen werden die die Komponenten verwendet. Nummer 2 ist die Mixer. Mixers haben die Variable Compositions und die Proporties der Komponenten. Die Komponenten werden die Komponenten verwendet. Die Komponenten werden die Komponenten verwendet. Die Komponenten werden die Komponenten verwendet. Die Komponenten haben die Komponenten einen bestimmten Element. Die Komponenten werden dann noch ausgebildet. Die Komponenten werden das Komponenten verwendet. Das ist die Komponenten zu einem Mikser. Und dann haben die Komponenten auch verschiedene Komponenten. Die Komponenten werden die Komponenten verwendet. Die Komponenten werden sehr serveise. ist sehr wichtig. Es gibt die Möglichkeit die Mischung von Physikalien mit den Verbrennen. Wir brauchen die Mischung von 3. Das ist die Mischung von der Mischung von 3. Wenn man die Mischung steht, wird das vor allem genau für die Mischung des Verbrennen. Sie werden diese Mischung nicht geliefertigt. Sie werden die Mischung des Verbrennen können. Sie werden die Mischung des Verbrennen, sondern nur für die Chemikalien. Es gibt die Chemikalien und die Elektrochemikung. Sie werden die Mischung des Verbrennen. The formation of mixture is physical change whereas the formation of a compound is a chemical change. A mixture does not have fixed melting and boiling point. The mixture does not have melting and boiling point. Whereas the compound does not have melting and boiling point. I have a question from the other, but the next question is, is this method? Methods that you can use a solid OVI, liquid OVI, gas OVI, which has mass occupied space and can be filled by one of our substances. Die Methode der Methode sind pure substances oder mixture. Pure substances sind die Element und die Komponenten. Die mixture sind die Hormogenes oder Heterogenes. So we have now known what are mixtures, mixtures and my kinds of mixtures, homogenous heterogeneous mixtures. So I hope you have learned many things about pure substances and mixture from this lesson. So see you in the next lesson. Thank you. Bye. 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 Bye.